Wenn Sie mit der Testphase mit WabiProfi3 fertig sind, das heißt Ihnen sagt WabiProfi3 zu, sagt okay, ich möchte jetzt mit Realdaten, mit Ihren eigenen Daten beginnen, müssen Sie auf jeden Fall immer einen Erststart machen. Denn eine Vermischung von Ihren Beispieldateien, das heißt Sie haben irgendeine Hose angelegt, einfach nur zum Testen im Artikelstamm, haben die bereits verkauft, haben vielleicht Rechnungen, Lieferscheine erstellt, haben den Max Mustermann als Kunde angelegt, wie auch immer, und sagen dann, jetzt will ich mit neuen Daten beginnen, können Sie diese Beispieldateien oder diese Testdateien nicht einfach entfernen. Demzufolge müssen Sie einen Cut machen, einen Erststart, der aber sehr, sehr einfach ist und ich führe Sie da durch. So, wie Sie das machen, zeige ich Ihnen. Im Startmenü, also das heißt in der Hauptmaske, klicken Sie einfach auf Datensicherung. Dort wählen Sie erweiterte Optionen und sagen Standarddaten laden, Klammer auf, Erststart, Klammer zu. Hier klicken Sie drauf und jetzt fragt WabiProfi3, Hebe Nutzer, willst du das wirklich? Klar, wir wollen es. Wir wollen von vorne beginnen, das heißt ab jetzt oder ab morgen, wie auch immer, wollen Sie Ihre echten Artikel selber anlegen, importieren, wie auch immer, Kunden anlegen, die es wirklich gibt, Lieferanten und so weiter, Ihre Warengruppen definieren und natürlich dann auch fleißig verkaufen. Hier müssen wir sagen, ja, wir wollen das. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Hier bestätigen wir wieder mit ja. Nun werden die Datenbanken, die Tabellen für die SQL-Zugriffe erzeugt und nun fragt WabiProfi3, ob die hinterlegten Dokumente nun entfernt werden sollen. Diese Abfrage bestätigen Sie bitte sorglos mit ja, denn WabiProfi3 kann ja im Hintergrund Rechnungen als PDF-Format erstellen und so weiter und diese Rechnungen zum Beispiel würden entfernt werden, also diese Testrechnungen. Sagen wir ja, wollen wir natürlich entfernen. So, nun überprüft WabiProfi3, ob der Erststart tatsächlich erfolgreich war und überprüft die benötigten vorhandenen Datenbanken, ob sie auch nun wirklich existent sind. Auch werden an dieser Stelle relevante Nummernkreise geprüft und angelegt. Okay. So, nun können wir die Datensicherung verlassen und wir sind aus WabiProfi3 nun hier draußen. Das heißt, wir haben jetzt die Basis geschaffen, um mit echten Daten zu beginnen. An dieser Stelle müssen wir jetzt allerdings einen Break machen. Das heißt, es gibt jetzt hier verschiedene Verfahrensweisen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt ganz normal mit Wabi weiterarbeiten, das heißt, Sie machen keinen Import aus der Version 1.9, dann bitte ich Sie, dementsprechend den zweiten Teil des Videos hier anzusehen für den Echtzeitbetrieb. Und wenn Sie sagen, ja, ich will jetzt einen Datenimport aus meiner alten 1.9er Version machen, dann bitte ich Sie, das Video Echtzeitbetrieb und Datenimport 1.92 anzusehen.